Das Sternenkind Teil 1 Das Sternenkind Teil 1 Das Sternenkind Teil 1 Der Wolf war durchaus Praktiker und nie um gute Gründe verlegen. Nun, was mich angeht, sagte der Specht, der ein geborener Philosoph war, so kümmere ich mich um keine noch so subtilen Erklärungstheorien. Wie etwas ist, so ist es. Und augenblicklich ist es schrecklich kalt. Schrecklich kalt war es wirklich. Die kleinen Eichhörnchen, die in den hohen Fichtenbäumen wohnten, rieben sich gegenseitig immerfort die Nasen, um sich warm zu halten. Und die Kaninchen rollten sich in ihren Höhlen zusammen und wagten nicht einmal aus ihren Türen zu blicken. Die einzigen Wesen, die an der Kälte Freude zu haben schienen, waren die großohrigen Eulen. Ihre Federn waren ganz hart vom Reif, aber das kümmerte sie nicht, und sie rollten ihre großen gelben Augen und riefen sich durch den Wald hinzu. Tu it! Tu it! Tu it! Tu it! Was haben wir doch für ein wundervolles Wetter! Immer weiter gingen die beiden Holzhauer, hauchten sich munter auf die Finger und stampften mit ihren großen, eisenbeschlagenen Schuhen auf den festen Schnee. Einmal versanken sie in einer tiefen Schneewehe und kamen so weiß heraus wie Müller, wenn die Steine mahlen, und einmal glitten sie auf dem harten, glatten Eise aus, als sie über gefrorenes Moorwasser gingen, und ihre Holzscheite fielen aus ihren Bündeln, sodass sie die wieder auflesen und von neuem zusammenbinden mussten. Und einmal glaubten sie, sie hätten ihren Weg verloren, und ein großer Schrecken überkam sie, denn sie wußten, wie grausam der Schnee gegen die ist, die in seinem Arm schlafen. Aber sie setzten ihr Vertrauen auf den guten St. Martin, der über allen Wandern wacht. Sie gingen behutsam in ihren Fußstapfen zurück, und schließlich erreichten sie doch den Rand des Waldes und sahen tief unter sich im Tale die Lichter des Dorfes, in dem sie lebten. So überfroh waren sie ob ihrer Errettung, dass sie laut lachten, und die Erde erschien ihnen wie eine Blume von Silber und der Mond wie eine Blume von Gold. Aber nachdem sie gelacht hatten, wurden sie traurig, denn sie erinnerten sich an ihre Armut, und einer von ihnen sagte zum anderen, »Warum sind wir fröhlich geworden? Wir sehen doch, dass das Leben für die Reichen da ist und nicht für unsereinen. Besser, wir wären im Walde vor Kälte gestorben, oder ein wildes Tier hätte uns angefallen und getötet.« »Du hast recht«, antwortete sein Gefährte, »den einen wird viel, den anderen wenig gegeben. Ungerechtigkeit hat die Welt verteilt, und in nichts sind wir gleich als im Leid.« Aber als sie so einander ihr Leid klagten, da geschah etwas Seltsames. Ein sehr heller und schöner Stern fiel vom Himmel. Er glitt von der Himmelswand herab und an den anderen Sternen vorbei, und als sie ihn staunend beobachteten, schien es ihnen, als sei er hinter einer Gruppe von Weidenbäumen versunken, die dicht bei einer kleinen Schafhürde stand, kaum einen Steinwurf von ihnen entfernt. »Wer ihn findet, stößt auf einen Topf voll Gold«, riefen sie, und begannen schnell dahin zu laufen. So begierig waren sie auf das Gold. Und der eine von ihnen lief schneller als sein Gefährte und kam ihm zuvor. Er zwängte sich durch die Weiden und gelangte an die andere Seite, und siehe, da lag wirklich etwas Goldenes auf dem weißen Schnee. Da eilte er hin, beugte sich nieder und legte seine Hand darauf. Und es war ein golddurchwebtes Tuch, das seltsam mit Sternen bestickt und in viele Falten geschlagen war. Und er rief seinem Kameraden, er habe den Schatz gefunden, der vom Himmel gefallen sei, und als sein Kamerad herangekommen war, da setzten sie sich in den Schnee hin und öffneten die Falten des Tuches, um die Goldstücke zu teilen. Aber ach, kein Gold war darin und kein Silber, noch überhaupt irgendein Schatz, sondern nur ein kleines Kind, das schlief. Da sprach der eine zu dem anderen, Das ist ein bitteres Ende unserer Hoffnung, und wir haben kein Glück, denn was nützt ein Kind einem Manne? Wir wollen es hier liegen lassen und unserer Wege gehen, denn wir sind arme Männer und haben selbst Kinder, deren Brot wir nicht einem anderen geben können. Doch sein Gefährte antwortete ihm, Nein, es wäre schlecht, das Kind hier im Schnee umkommen zu lassen. Und wenn ich auch so arm bin wie du und viele Münder zu füttern und nur wenig im Topf habe, so will ich es doch mit nach Hause nehmen und mein Weib soll dafür sorgen. So nahm er denn ganz behutsam das Kind auf, wickelte das Tuch darum, um es vor der rauen Kälte zu schützen und ging den Hügel hinab nach dem Dorfe und sein Kamerad wunderte sich sehr über seine Torheit und Gutmütigkeit. Und als sie zum Dorf kamen, sagte sein Kamerad zu ihm, Du hast das Kind, darum gib mir das Tuch, denn es ist nur billig, das wir teilen. Aber er antwortete ihm, Nein, das Tuch gehört weder dir noch mir, sondern nur dem Kinde. Und er bot ihm Lebewohl, ging nach seinem Hause und klopfte. Und als seine Frau die Tür öffnete und sah, dass ihr Mann heil zurückgekehrt war, schlang sie ihre Arme um seinen Hals und küsste ihn. Sie nahm das Bündel mit Holzscheiten von seinem Rücken, fegte den Schnee von seinen Schuhen und bat ihn hereinzukommen. Aber er sprach zu ihr, Ich habe etwas im Walde gefunden und habe es dir gebracht, damit du dafür sorgst. Und er rührte sich nicht von der Schwelle. Was ist es, rief sie, zeige es mir, denn das Haus ist leer und wir brauchen manches. Und er zog das Tuch zurück und zeigte ihr das schlafende Kind. Oh weh, Vater, murmelte sie, Haben wir nicht eigene Kinder, dass du einen Wechselbalg mitbringen musst, der am Herde sitzt? Und wer weiß, ob er uns nicht Unglück bringt? Und wie sollen wir ihn pflegen? Und sie war zornig auf ihn. Es ist aber ein Sternenkind, antwortete er und er erzählte ihr die seltsame Art, wie er es gefunden hatte. Aber sie wollte sich nicht besänftigen lassen, sondern spottete über ihn und sprach ärgerlich, Unsere Kinder haben kein Brot und da sollen wir das Kind eines anderen füttern? Wer sorgt für uns? Wer gibt uns zu essen? Gott sorgt sogar für die Sperlinge und ernährt sie, antwortete er. Sterbe nicht die Sperlinge im Winter vor Hunger, fragte sie. Und ist es jetzt nicht Winter? Aber der Mann antwortete nicht und wich auch nicht von der Stelle. Und ein scharfer Wind drang aus dem Wald in die offene Tür, dass sie zitterte. Ein Schaudern überkam sie und sie sprach zu ihm, Willst du nicht die Türe schließen? Ein scharfer Wind dringt in das Haus und mich friert. Kommt in ein Haus, wo ein hartherziger Mensch lebt, nicht immer ein scharfer Wind? Fragte er. Und die Frau antwortete ihm nicht, sondern schlich dichter ans Feuer. Aber nach einer Weile wandte sie sich um und sah ihn an und ihre Augen standen voll Tränen. Da trat er schnell hinein und legte das Kind in ihre Arme. Sie küsste es und barg es in einem kleinen Bett, wo das Jüngste ihrer eigenen Kinder schlief. Und am Morgen nahm der Holzhauer das seltsame goldene Tuch und legte es in eine große Truhe. Und sein Weib nahm eine Bernsteinkette, die um den Hals des Kindes geschlungen war, und barg sie ebenfalls in der Truhe. So wurde das Sternenkind mit den Kindern des Holzhauers aufgezogen, saß mit ihnen am gleichen Tisch und war ihr Spielgefährte. Und mit jedem Jahr wurde es schöner von Angesicht, sodass alle, die im Dorf gewohnten, darüber staunten. Denn während sie dunkelhäutig und schwarzhaarig waren, war es weiß und zart wie geschnitztes Elfenbein, und seine Locken waren wie das rundgelbe Narzissen. Seine Lippen waren wie rote Blütenblätter, seine Augen wie Pfeilchen, die an einer Strömung klaren Wassers stehen, und sein Körper wie die wilde Narzisse des Feldes, wenn der Meer nicht kommt. Aber seine Schönheit machte es böse. Denn es wurde stolz und grausam und selbstsüchtig. Es verachtete die Kinder des Holzfällers und die anderen Kinder aus dem Dorfe, und sagte, sie seien von gewöhnlicher Herkunft, während es selbst vornehm sei, denn es stamme von einem Stern. Und es machte sich zum Herrn über sie und nannte sie seine Diener. Kein Mitleid hatte es mit den Armen, noch mit solchen, die blind oder lahm oder mit Gebresten behaftet waren. Es warf mit Steinen nach ihnen, trieb sie auf die Landstraße hinaus und hieß sie, ihr Brot anderswo zu erbetteln, sodass niemand außer den Geächteten zweimal in jenes Dorf nach Almosen kam. Es war ganz in die Schönheit vernarrt, spottete über die Schwachen und Hässlichen und machte sich lustig über sie. Aber sich selbst liebte es, und zur Sommerzeit, wenn kein Wind wehte, lag es bei dem Brunnen in dem Obstgarten des Priesters und blickte auf das Wunder seines Gesichts hinab und lachte voll Lust über seine Schönheit. Oft schalten es der Holzhauer und sein Weib und sprachen, wir haben an dir nicht so gehandelt, wie du an denen handelst, die verlassen sind und keine Hilfe haben. Warum bist du so grausam gegen alle, die des Mitleids bedürfen? Oft schickte der alte Priester nach ihm und suchte ihn die Liebe zu allem Lebendigen zu lehren und sprach, die Fliege ist dein Bruder, tu ihr nichts Böses. Die wilden Vögel, die durch den Wald fliegen, haben ihre Freiheit. Fange sie nicht zu deinem Vergnügen. Gott schuf die Blindschleiche und den Maulwurf, und jedes hat seinen Platz. Wer bist du, dass du Schmerz in Gottes Welt bringst? Selbst das Vieh auf der Weide lobt den Herrn. Aber das Sternenkind achtete nicht auf ihre Worte, sondern verzog seine Lippen und spöttelte. Und es ging zu seinen Gefährten und führte sie an. Und seine Gefährten folgten ihm, denn es war schön und flink von Füßen, und es konnte tanzen und pfeifen und Musik machen. Wohin sie das Sternenkind führte, dahin folgten sie ihm, und was ihnen das Sternenkind zu tun gebot, das taten sie. Und wenn es mit einem spitzen Ried die blinden Augen des Maulwurfs durchbohrte, lachten sie. Und wenn es Steine nach den Aussätzigen warf, lachten sie auch. In allen Dingen beherrschte es sie, und sie wurden so hartherzig, wie es selbst war. Nun kam eines Tages eine arme Bettlerin durch das Dorf. Ihre Kleider waren zerlumpt und zerrissen, ihre Füße bluteten von der harten Straße, die sie gegangen war, und sie befand sich in einem sehr elenden Zustand. Da sie müde war, setzte sie sich unter einen Kastanienbaum, um auszuruhen. Aber als das Sternenkind sie sah, sagte es zu seinen Gefährten, »Seht, da sitzt ein schmutziges Bettelweib unter dem schönen grün belaubten Baum. Kommt, lasst uns sie forttreiben, denn sie ist hässlich und widerlich.« Und es näherte sich ihr, warf mit Steinen nach ihr und verspottete sie. Sie aber sah es mit Schrecken in den Augen an und wandte keinen Blick von ihm. Als nun der Holzhauer, der in der Nähe auf einem Holzplatz Scheite spaltete, sah, was das Sternenkind tat, lief er herbei, schallte es und sprach zu ihm, »Wirklich, du bist hartherzig und kennst kein Mitleid. Was hat dir denn diese arme Frau zu leid getan, dass du sie so behandelst?« Und das Sternenkind wurde rot vor Zorn, stampfte mit dem Fuß auf den Boden und sagte, »Wer bist du, dass du mich fragst, was ich tue? Ich bin nicht dein Sohn, dass ich dir gehorchen muss?« »Das ist wahr,« sprach der Holzhauer. »Aber ich bin mitleidig gegen dich gewesen, als ich dich im Walde fand.« Aber als die Frau diese Worte hörte, stieß sie einen lauten Schrei aus und fiel in Ohnmacht. Und der Holzhauer trug sie in sein Haus und sein Weib musste sich ihrer annehmen. Und als sie aus der Ohnmacht, in die sie gefallen war, wieder erwachte, setzten sie Speise und Trank vor sie hin und baten sie, sich zu erquicken. Aber sie wollte weder essen noch trinken, sondern sprach zu dem Holzhauer, »Sagtest du nicht, das Kind sei im Walde gefunden worden? Und geschah das nicht heute vor zehn Jahren?« Und der Holzhauer antwortete, »Ja, ich habe es im Walde gefunden und es werden heute zehn Jahre, dass es geschah.« »Und welche Zeichen fandest du an ihm?« rief sie. »Trug es nicht an seinem Hals eine Bernsteinkette? War es nicht eingehüllt in ein Tuch von gewebtem Gold mit Sternen bestickt?« »Gewiss,« antwortete der Holzhauer, »es war genau so, wie du gesagt hast.« Und er nahm das Tuch und die Bernsteinkette aus der Truhe, wo sie lagen, und zeigte sie der Frau. Und als sie sie sah, weinte sie vor Freuden und sprach, »Es ist mein kleiner Sohn, den ich im Walde verloren habe. Ich bitte dich, sende schnell nach ihm, denn ihn zu finden, bin ich über die ganze Welt gewandert.« Da liefen der Holzhauer und sein Weib hinaus, riefen nach dem Sternenkind und sagten, »Geh in das Haus, dort wirst du deine Mutter finden, die auf dich wartet.« Da lief es von Erwartung und großer Freude erfüllt hinein. Aber als es die sah, die da wartete, lachte es verächtlich und sprach, »Nun, wo ist meine Mutter? Denn ich sehe hier niemand anders als dies gemeine Bettelweib.« Und die Frau antwortete ihm, »Ich bin deine Mutter.« »Du bist wahnsinnig, so etwas zu sagen,« schrie das Sternenkind zornig. »Ich bin nicht dein Kind, denn du bist eine hässliche und zerlumpte Bettlerin. Darum schere dich fort von hier und lass mich dein schmutziges Gesicht nicht mehr sehen.« »Nein, du bist wirklich mein kleiner Sohn, den ich in den Wald trug,« rief sie und fiel auf die Knie und streckte ihre Arme nach ihm aus. »Die Räuber haben dich mir gestohlen und dich dann zurückgelassen, damit du sterben solltest,« murmelte sie. »Aber ich erkannte dich, als ich dich sah, und die Zeichen habe ich auch erkannt, das goldgewebte Tuch und die Bernsteinkette. Darum bitte ich dich, komm mit mir, denn über die ganze Erde bin ich gewandert, um dich zu suchen. Komm mit mir, mein Sohn, denn ich brauche deine Liebe.« Ende von »Das Sternenkind«, Teil 1 »Ein Vielen Dank.